Guten Abend, gute Nacht, Freunde des Clash of Clans, wir sind wieder zurück, ich hab meine Haare wieder nicht gemacht und wir spielen eine Runde Clash of Clans Back to the Roots, heute mal keine Angriffsvideos, beziehungsweise Angriffsvideos schon, aber keine Taktikvideos, wir wollen einfach mal wieder eine normale Runde Clash of Clans spielen, so wie ich das ja immer mache, also ein Tag im Leben. von Mr. Mobile Fanboy, könnte man sagen, aber heute ist es eher so, ich weiß noch gar nicht, wie ich die Folge nennen soll, ich glaube, die Folge nenne ich einfach mal so Super Saiyajin Taktik, weiß ich auch nicht, ich bin immer noch relativ tief in den Trophäen, was mir, ähm, ja, was mir da ein bisschen auf den Piss geht, eigentlich, weil ich wegen Matthias runtergegangen bin und jetzt muss ich die Super ausbaden, aber okay, ich wollte, oh, oh, was ist das denn für eine Taktik, was ist das denn für eine, den muss ich aber auf jeden Fall angreifen, What the fuck ist das denn, der hat seine, der hat seine Minen und Sammler drin und die, und die, und die andere Sachen draußen, wie geil ist das denn, und die Könige draußen, na komm her, mein kleiner Freund, dich machen wir erstmal kaputt, Level 7 für den Arsch, komm her, komm her, mein kleiner Freund, du wirst dich erstmal kaputt gemacht, wo ist denn die Clamburg? Ach, nichts drin, was ein, was ein, was ein Vogel, ey, nein, nein, ihr sollt da oben hingehen, Idioten, Idioten, okay, so, Freunde, weiter geht's, bitte, 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 brecht es auf, er hat nichts im Lager, das ist, was ist das denn für ein Trollopeter, ohne Scheiß, Jetzt habe ich auch noch so Piss-Truppen hier, das ist wirklich auch geil, dass ich keine richtigen Truppen habe dafür, na gut, was haben wir denn, wir haben einen Schatten noch schon, das ist schon mal nicht schlecht, Ja, die Live-Angriffe, ich muss sagen, so ein bisschen haben sie mir schon gefehlt, aber jetzt sind sie ja wieder da, zum Glück, Alter, dieser X-Bogen geht mir auch extremst auf den Piss, So, es wird Zeit, dass wir ein bisschen in der Mitte mal aufräumen, würde ich mal sagen, lol, der lebt noch, wie hat der das denn überlebt? Oh, MG, der lebt ja noch, was habe ich denn überhaupt, ich weiß gar nicht, was ich in der Clamburg drin habe, das ist ein Problem, Aber ich würde mal sagen, wir schicken jetzt mal die dritte Reihe hinterher, bisschen dunkles haben wir sogar schon, ah, jetzt sind sie in der Mitte, Wunderbar, ja, die Facecam hat mir auch gefehlt, muss ich sagen, wir haben das ganze Dunkel geholt, ja, das hat sich doch mal gelohnt, was eine Base, oder? Alles in der Mitte, oh lol, der lebt immer noch, der X-Bogen, ist mir aber scheißegal, wir haben ja jetzt gleich alles, Ich muss es gleich auf jeden Fall aufgeben, solange meine Königin noch halbwegs lebt, nämlich jetzt, oder, ist da noch was? Nöp, ihr könnt aufgeben, die Königin hat noch so ein Drittel des Lebens, das war doch mal ein geiler Angriff, ne, nach so ein bisschen Suchen, 1740 Dunkles, muss ich sagen, nicht schlecht, deswegen würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall noch ein paar Truppen hinterher, damit ich noch im Angriff starten kann, ich will aber nicht pushen, ehrlich gesagt, ich wollte jetzt wirklich mal nochmal auf die, ich habe, mir fehlen noch 400, ich habe so viele, ich habe so viele scheiß Juwelen ausgeben, Ah, please, nur Kobolde, was geht denn mit ihm ab, ich plane übrigens jetzt einen nur Bogenschützenangriff, aber ich weiß aber nicht, ob ich den, ne, den mache ich in einem Taktikvideo, Moment, den mache ich in einem Taktikvideo, den kann ich jetzt nicht bringen, wir wollen jetzt ja noch ein bisschen farmen auf jeden Fall, deswegen mache ich jetzt auf jeden, deswegen mache ich jetzt einen anderen, deswegen mache ich jetzt wieder die gute alte Lazy Farming Taktik, die mir schon so oft den Arsch gerettet hat, 5,2 Millionen haben wir, das ist doch schon mal, das ist schon mal ein Anfang, würde ich sagen, oder? Das ist schon mal ein guter Anfang. Nächste Woche kommt auf jeden Fall auch noch ein richtig, richtig fetter Clash of Clans Livestream, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Das wird wieder episch bei Twitch und danach werde ich natürlich auch noch bei YouTube hochladen, und es gibt noch eine geile Challenge gegen Matthias, die noch nächste Woche ansteht, ich freue mich schon, das ist wieder so richtig, richtig geil, das wird auf jeden Fall etwas, auf das ihr euch freuen könnt, ich weiß ja nicht, ob bei euch jetzt noch Sommerferien sind oder nicht, hier in, ich wohne in NRW, da haben die Ferien, glaube ich, lasst mich lügen, letzte Woche angefangen, ich weiß nicht genau, Ansonsten, keine Ahnung, was haben wir denn hier noch im Chat? Penis, gut, kann man so stehen lassen, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut, ich bin gleich wieder da, wenn es nochmal dann zum Angriff geht, wenn ich noch ein paar Truppen habe, werden wir gerade erst 35 von 205 haben, das ist natürlich ein bisschen wenig, wir fordern nochmal was an. Was nehmen wir denn mal? Ich würde mal sagen, wir nehmen das Bette vom Besten Super Saiyajin. So, würde ich sagen, Super Saiyajin passt auf jeden Fall, ich muss hier noch ein bisschen was beifügen, damit das hier noch so passt, natürlich die hier die blonden Haare und diese Blitze und so ganze Gekötter. Weißt du, was das Geile ist? Matthias weiß überhaupt nicht, was ein Super Saiyajin ist. Ich wette 99% von euch wissen, was das ist, aber er weiß es nicht, er weiß nicht, was das ist. Traurig, oder? Traurig. Na, egal. Level 5 ist doch kein... Level 5 ist doch kein... kein Super Saiyajin-Status, das ist doch höchstens, weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich auch Saiyajin falsch geschrieben, ich weiß es auch nicht. Break, bis gleich, Leute. Wir sind gleich wieder da. Da sind wir also wieder zurück zu Let's Play. Clash of Clans, ich habe jetzt mal gewartet, 196 von 205 haben wir jetzt. Das heißt, wir können jetzt wieder weitermachen. Huh, ich habe auch gerade schon was geschnitten, in der Zwischenzeit, nämlich... Minecraft Pocket Edition, eine neue Season ist, ähm... Ja, auf dem Weg, würde ich mal sagen. Ich habe schon, äh... Wir haben jetzt vier Folgen fertig. Wir werden allerdings noch ein paar weitere aufnehmen, damit wir dann einfach sicherstellen können, dass es auch täglich kommen kann, weil Matthias und ich ja nicht immer, ähm, zusammen aufnehmen können. Wir sind... Du, man muss ja im gleichen WLAN sein, und das ist nicht ganz so einfach. Und deswegen nehmen wir jetzt mal vorsichtshalber schon mal ein paar, äh, im Vorderhaus... Au, was hat er denn jetzt hier? Kommt rein! Teilt sofort eine Wiederholung! Ja, genau. Lol. Lol, 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 lol. 487.522.000, ich bin gespannt, ob mein, äh, Computer das mitmacht, wenn ich das jetzt auf doppelte Geschwindigkeit stelle. Ja, schön alles außen in den, in den Lagern drin, das, äh, beziehungsweise in den Minen und Sammlern, ja, genau. Aber wir hatten mehr Dunkles eben, haha. Hm. Gib deinem Leben ein den Sinn, gib dich ganz Mobile Fanboy hin, sag ich da nur. Alle haben jetzt mal langsam die Suppe mal geklaut hier, oder was? Da kommt der Barbarenkönig noch und snaggelt sich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen von dem Gold. Joa, das war doch schon mal ein ganz guter Angriff. Allerdings, wieso ist das Rathaus nicht mitgenommen? Mann, wir wollen auch noch mal angreifen. Ich hab die Lazy Farming Taktik wieder an. Morgen gibt's die fünfte Bauhütte. Ich schwöre es euch, morgen gibt es die fünfte Bauhütte. Ich hab eben noch mal ein, zwei Apps runtergeladen bei AppBounty. Morgen Kinder wird's was geben und zwar die fünfte Bauhütte, ich schwöre es. Und vor allem, ah, morgen kommt ja auch vor allem die Auflösung des Gewinnspiels. Ich hab schon so viele geile Einsendungen bekommen, die sind, ah, sind so viele gute bei. Ah, hier sind einige gute Baysen auf jeden Fall, muss man sagen. Die Kreativität der Leute in allen Ehren, aber, naja. Wem, welchem Angriff soll das denn standhalten? Ich will erstmal wieder in die, ich würde mal sehr gerne wieder in die, äh, Goldliga 3 kommen. Ich finde hier wieder nur, ja genau, ich finde nur so eine Kacke. Da zieh ich mir noch mal gepflegt an der Kapuze. Ja genau, willst du mich verarschen mit so einer Kacabase? Auf jeden Fall, ich habe hier was angegriffen. Der hat ein bisschen dunkles, aber... Na, 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 na. Ich habe auch gar keinen König mehr. Ich habe keinen König, ich habe keine... Oh, was läuft da denn im Fernsehen? Ich gucke mal eben so rüber. Ich gucke gerade Comedy Central, da läuft abends immer ein bisschen was. Meistens South Park und Family geil, was ich ganz geil finde eigentlich. Während jetzt hier meine Burgenschützen fertig werden, okay. Das ist ja auch schon ein paar Mal. Was ich auch schon mehrere Male gefragt wurde. Wann kommt denn die zweite Hardcore Season von Minecraft PS3 Edition? Viele von euch werden es wahrscheinlich nicht mehr kennen. Diejenigen von euch, die es noch nicht geguckt haben, einfach mal bei mir auf dem Kanal gucken. Da ist es drin. Ja. Deswegen würde ich euch empfehlen, euch das mal reinzuziehen. Es wird... Ja, was heißt bald? Wir sind in den Planungen. Wir müssen da auf jeden Fall noch ein, zwei organisatorische Sachen noch klären. Wir wollen es ja auch gescheit machen, wie es diesmal dann... Wir wollen es ja auch mal schaffen. Letztes Mal habe ich ja noch als Einzelkämpfer relativ lange durchgehalten. Habe es am Ende aber noch nicht geschafft. Wir wollen es diesmal schaffen. Müssen da noch ein, zwei organisatorische Sachen klären. Und... Ja, wenn ihr die Minecraft-Teason wollt, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würden wir uns ja freuen. Alter, diese Gegnersuche ist doch für den Arsch, ganz ehrlich. Ja, komm. Ja, komm. Wir nehmen das jetzt mal das... Das Gold nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Nein! Nicht auf ihn! Nein, der schießt kaputt! Schießt kaputt! Schon besser, schon besser. Ist natürlich jetzt für die Lazy-Farming-Strategie nicht unbedingt das Beste, muss ich zugeben. Aber... Wir werden es schon schaffen. Irgendwie schaffen wir das schon. So, jetzt geh mal bitte da durch. Mach es kaputt! Warte mal, ich muss mich jetzt erst mal... Ich muss mich erst mal so ein bisschen konzentrieren hier. Mal ein bisschen von dem Äußeren schon mal wegmachen. Naja, wir holen uns zumindest schon mal etwas. Ich will auf jeden Fall auf jeden Fall noch die 50% auch noch haben. Naja, mit diesen Truppen ist das nicht unbedingt so das... Was ich mir da erhofft habe, muss ich zugeben. Wir müssen mal überlegen, wie wir das weitermachen. Es reicht... Okay, fürs Rathaus reicht es noch so gerade, aber dann... Ich... Nein, es reicht nicht fürs Rathaus, lol. Scheiße! Das hast du dir so gedacht, ne? Hm... Hm... Was machen wir denn jetzt? Ich will auf jeden Fall noch die 50% holen, aber das wird... Scheiße! Das wird knapp! Was mach ich denn jetzt? Ich hab alles weg! Nur die... Na, nur die Lage in der Mitte nicht! Scheiße! YOLO! Ich hab noch ein paar! Komm! Ihr schafft das! Nein, schaffen sie nicht! Schaffen sie nicht! Schaffen sie nicht! Schaffen sie nicht! Ärgerlich! Ah! Das ist diese Scheiß-Takt... Ey, ihr habt immerhin 126... Mann! Das ist diese... Diese Kacke, wenn man die Taktik hat und dann kommt der falsche Gegner. Egal! Egal! Morgen kommen noch ein paar geile Taktiken. Ich hab mir noch einige aufgeschrieben hier. Wo ist er denn, mein Zettel? Hab ich noch einiges aufgeschrieben. Wir bauen mir eben noch ein paar Truppen hinterher. Huh! 5,3 Millionen Gold! Das ist schon mal nicht schlecht! 17.000 Elixier, dunkles... Joa, ist auch nicht schlecht! Ich würde sagen, Leute, wir machen Schluss für heute! Dankeschön fürs Zuschauen! Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben! Ansonsten... Abonnieren! Würden wir uns auch sehr freuen! Bei 50.000er Special! Hauen wir noch ein paar Preise mehr raus! Ah! So schnell reden! Macht mich noch kaputt! Macht's gut, Leute! Facecam for the win, sag ich nur! Ciao! はい, welch! Hurk! trauma half! Vielen Dank.